Hyperpolitik. Ein Jacobin-Podcast. Wird die DFB-Elf in rosa Trikots für das Ende des Abendlands sorgen? Die CDU will das Bürgergeld und vielleicht sogar den gesamten Sozialstaat abschaffen und sollen Krankenhäuser und Schulen jetzt kriegstüchtig werden. Das alles und viel mehr werden wir in dieser neuen Folge von Hyperpolitik besprechen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ines Schwertner und das ist Hyperpolitik. Wir sprechen jede Woche über hyperpolitische, aufgeregte, hochpolitisierte Zeiten ohne politische Folgen. Das ist ein Jacobin-Podcast. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Es gibt jede Woche die verrücktesten Nachrichten und eine, das hat mir ein netter Kommentator dargelassen unter dem letzten Video, der geschrieben hat, die rosa Trikots der DFB-Elf, das ist doch das hyperpolitischste überhaupt. Und es ist auch nicht an mir vorbeigegangen als eine, die sich, ich sag mal, so wenig für Fußball interessiert und trotzdem solche Dinge kriege auch ich mit. Und zwar hat die DFB-Elf für die jetzigen Europameisterschaften ihr neues Trikot entlüftet. Und normalerweise ist das ja, so viel weiß ich, eben auch weiß mit schwarz-rot-goldenen Streifen und es gab immer mal wieder Variation. Aber jetzt in Pink, wir sind das ja eigentlich gewohnt, von Team Telekom, vom Radsport, da hat das in den 90ern niemanden gestört. Aber das lag vielleicht auch an Jan Ullrich. Jedenfalls, jetzt gab es natürlich in Zeiten eines hochpolitisierten Kulturkampfes, das war einfach in den 90ern offensichtlich noch nicht so schlimm, ist ein Sturm ausgebrochen der Entrüstung. Wie kann es sein, vielleicht liegt es auch an dem Heiligtum DFB-Elf, dass sie nicht in rosa oder pink antreten dürfen. Jetzt hat es der DFB ganz klug gemacht, sie haben nämlich zwei Spots produziert, eins mit der Vorstellung und eins, wo sie schon in Erwartung, dass es diese kulturkämpferischen Kommentare geben würde, in Erwartung dessen einen zweiten Spot produziert, der ist eigentlich der geniale Akt, weil sie eben schon wussten, dass dieser Sturm der Entrüstung kommen wurde, haben sie sich schon in diesem zweiten Spot ironisch über diese Aufregung lustig gemacht. Also, dass sie dann eben sagen, ach was, das Pink gefällt dir nicht und dann natürlich die Klassiker, Thomas Müller trägt es auch, eigentlich ist das doch alles typisch deutsch, was ist typisch deutsch? Aus dem ersten Spot wird dann eben nochmal ironisiert in dem zweiten und man muss sagen, es ist sehr, sehr klug gemacht, weil man eben schon mit dieser Erwartung gespielt hat und dadurch nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, also eine zweite Welle der Aufmerksamkeit. Im Prinzip also erst kalkuliert, Entrüstung produziert, dann kommt das ein paar Tage, die Welle geht hoch und auf dieser Welle schwimmt man eigentlich und sorgt dann noch einmal mehr für so eine zweite Welle von Nachrichten und von, ja, ganz, ganz viel Meldungen dazu und Meinungen vor allem, also es hat einfach jeder dazu eine Meinung, womit sie auch spielen, weil sie sagen, es gibt ja 82 Millionen Bundestrainer, auch das wissen wir ja. Und mit diesen ganzen Gewissheiten, die man kennt, spielen diese beiden Spots und es hat natürlich dafür gesorgt, dass das Trikot jetzt schon massenhaft verkauft wird, also Rekordverkäufe dieses Trikots. Insofern ist die Marketingstrategie aufgegangen und wir haben in dieser Woche also mehr über rosa oder pinke Trikots gesprochen, über das, was wirklich am Ende Kulturkampf ist. Ich glaube, dass das dahinterliegende Problem, meinetwegen schwule Männer im deutschen Fußball oder werden Frauenfußballerinnen schlechter bezahlt oder alles, was man jetzt zu dem Thema noch sagen könnte, Proteste beim deutschen Fußball, das hat alles gar keine Rolle mehr gespielt, sondern es ging jetzt rein um die Farbe und rein darum, ob das jetzt noch deutsch sei oder ob das eben männlich genug sei. Und ja, das ist tatsächlich, ich stimme dem Zuhörer zu, ein sehr guter Beweis für Hyperpolitik, weil eben alle politischen Fragen darunter überhaupt keine Rolle spielen und weil sie es tatsächlich geschafft haben, daraus ein Verkaufsargument für das Trikot zu machen und niemand jetzt mehr über die Rolle des DFB bei irgendwas spricht. Das ist ziemlich klug und das hat eben andere politische Nachrichten, auf die ich gleich eingehen werde, in jedem Fall in dieser Woche verdeckt. Insofern der hyperpolitische Moment der Woche geht an den DFB. Eine zweite, eine interessante Nachricht fand ich, dass die Bildungsministerin, ich musste, ich muss mich immer sehr konzentrieren, ihren Namen auszusprechen, Stark-Watzinger nicht zu verwechseln mit Strack-Zimmermann. Also dieses Ding mit den FDP-Frauen und ihren Doppelnamen ist wirklich ein Problem. Man vergisst auch manchmal, dass wir eine Bildungsministerin haben. Also ich weiß tatsächlich manchmal nicht, was sie eigentlich tut. Jetzt ist sie in den Schlagzeilen gelandet, weil sie in Anlehnung auch an das, was Karl Lauterbach zuvor vor ein paar Tagen schon gesagt hat, dass die Krankenhäuser jetzt kriegstüchtig gemacht werden sollen, also kriegsbereit gemacht werden sollen, für den Notfall bereit gemacht werden. Sollen jetzt eben auch, sie hat nicht das Wort kriegstüchtig benutzt, aber sollen eben auch Schulen für diesen Notfall ausgerüstet werden. Jetzt ist der Gag an beidem eigentlich, dass weder Krankenhäuser noch Schulen nach Jahren der Unterfinanzierung überhaupt von den Normalfall ausgerüstet sind. Also wer jetzt schon einmal eine Schule oder ein Krankenhaus besucht hat, weiß, dass man für eine ganz normale Knie-OP oder für einen ganz normalen Schulbesuch, wo die Fenster nicht richtig zugehen, die Toiletten nicht funktionieren, es keine Vorhänge gibt und so weiter und so fort, dass die meisten Kinder und Patienten nicht für den Normalfall versorgt werden können. In einem der reichsten Länder der Welt, muss man immer wieder dazu sagen. Und das heißt, meine These wäre, dass sowohl die Bildungsministerin als auch der Gesundheitsminister mit ihrer Kriegstüchtigkeit oder mit diesem Einschwören auf den Krisenfall eigentlich darüber hinwegtäuschen wollen, dass sie den Normalbetrieb schon nicht organisiert bekommen. Das könnte also auch eine in irgendeiner Weise strategische Umgehung sein, der Schuldenbremse, um zu sagen, wir wollen eigentlich auch was von diesen ganzen Aufrüstungsmilliarden abhaben. Können wir das nicht auch in die Schulen und in die Krankenhäuser stecken, weil sie glauben, dass das in der Bundesregierung jetzt wahrscheinlich einfacher zu begründen ist, wenn das Teil dieser Zeitenwende ist, dann kann man es eher machen. Das wäre die kluge Interpretation dieser beiden Vorstöße. Die unkluge Interpretation oder die vielleicht naheliegendere ist tatsächlich, dass sie das wirklich glauben und dass sie wirklich glauben, dass eben die zivilen Institutionen auch sich für den Kriegsfall bereit machen müssen. Und das ist das, was ich jetzt schon, ich weiß, es kommt euch wahrscheinlich auch zu den Ohren schon raus, aber ich muss es trotzdem sagen, wie diese Zeitenwende jetzt erst vollzogen wird und sich in alle zivilen Bereiche, in alle Lebensbereiche jetzt überträgt und man eben merkt, es bleibt nicht bei den 100 Milliarden Sondervermögen, sondern es geht jetzt eigentlich immer weiter mit den Ausgaben und es geht jetzt eben auch in alle anderen Staatsapparate über und dafür sind eben Krankenhäuser und Schulen. Deswegen hat das jetzt auch so viel Empörung ausgelöst bei den Lehrerverbänden, auch bei der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, die sich jetzt auch positioniert hat dagegen, weil eben dieser sehr starke staatspolitische Eingriff in Schulen schon immer noch etwas, also auch Bundeswehr an Schulen ist immer ein großes Thema, ob das geht oder nicht. Und insofern ist diese Auseinandersetzung schon älter, weil man eigentlich genau diese Form der Militarisierung zumindest in den Schulen und auch in den Krankenhäusern als wirklich zivile Orte, das schien mir eigentlich ein Konsens zu sein nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man versucht, diese ideologischen Staatsapparate der Schulen davon möglichst frei zu halten. Auch dieser Konsens scheint jetzt eher gebrochen zu sein oder zumindest versuchen sie daran zu kratzen. Also wie gesagt, die Bundeswehr an Schulen war schon immer so ein Vorstoß dessen, aber das jetzt ist auf jeden Fall auch nochmal eine neue Qualität. Insofern hat das zu Recht für Aufregung gesorgt, verdeckt aber wie gesagt auch wieder, dass der Normalbetrieb schon der Krisenfall ist. Also das muss man immer wieder sagen, das können einem alle Pflege, jedes Pflegepersonal, alle Krankenschwestern, alle Lehrkräfte, wir hatten ja auch schon eine Folge hier zu der Unterfinanzierung der Schulen, die ihr euch gerne nochmal anhören könnt, wenn einem das bewusst ist, dass jahrzehntelang mittlerweile zu viel gekürzt wurde, zu viel privatisiert wurde an diesen Stellen, dann ist man einfach für diesen Normalfall nicht mehr gerüstet. Und insofern ist diese Debatte jetzt eine Schein-Debatte eigentlich dessen, denn natürlich müssen wir uns auch für den Krisenfall, also auch für meinetwegen für andere Überschwemmungen oder für sonstige Krisen, ist es gut, Schulen auszurüsten. Aber halt jetzt nicht, weil es einen Krieg um die Ecke gibt, sondern eigentlich ist das ganz grundsätzlich richtig, dass Schulen gut ausgestattet sein müssten. Das sollte eben der Regelfall sein. Aber darüber wird in dieser ganzen, ich sag mal, Kriegsbesoffenheit nicht mehr. gesprochen und eine zweite Nachricht dieser Woche. Übrigens, normalerweise trinke ich in den Pausen immer, um von einem Thema zum anderen galant überzuleiten. Es hat mir aber ein Hörer eine lange Nachricht geschrieben, dass er Hyperpolitik sehr gern hört. Vielen Dank dafür. Und dass er aber auch in ihr Kopfhörern hört und dass es ganz, ganz schlimm sei, wenn ich zwischendurch trinke. Ich könnte jetzt das Mikrofon wegnehmen und dann was trinken, aber so schlimm ist mein Bedürfnis nicht. Ich mache das gar nicht, weil ich durstig bin, sondern weil ich eben Pausen mir selber verordne. Aber gut, sei es drum. Er kriegt dann immer entweder eine Werbepause oder eine Trinkpause. Jetzt wisst ihr, warum ich nicht mehr Kaffee trinken werde in den Hyperpolitik-Sendungen. Deswegen, ja, Grüße an den Hörer, der das jetzt mitbekommt. Es ist wirklich nicht weiter schlimm. Das war die Pause. Übergang zum nächsten Thema. Auch eine interessante Mischung. Manchmal kommen ja so Meldungen an einem Tag zusammen, wo man sich fragt, das hätte man nicht besser planen können. Und zwar war am Dienstagfrüh gab es die Nachricht, dass der Europarat, die ist jetzt nicht die progressivste Institution der Welt, dass der Europarat die Bundesrepublik Deutschland für seine Ungleichheit, Armut und soziale Ausgrenzung und vor allem auch für die Mietentwicklung rügt. Also eine offizielle Rüge des Europarates. Man ist verwundert und gleichzeitig steht in diesem Bericht noch, dass eben diese Form der Ungleichheit und diese Form der sozialen Ausgrenzung in keinem Verhältnis steht zum Reichtum des Landes. Und es ist wirklich abstrus, dass es den Europarat braucht, um diese Banalität, an die wir uns eben schon gewöhnt haben, dass wir eigentlich als mittlerweile wieder drittgrößte Volkswirtschaft der Welt es nicht schaffen, Armut auf ein Maß zu begrenzen, dass es zumindest nicht mehr so demokratiegefährdend ist. Also man muss eigentlich immer wieder sagen, jeder fünfte Mensch in Deutschland lebt in Armut oder eine Armutsgrenze sind zwölf bis dreizehn Millionen Menschen. Jedes fünfte Kind lebt in Armut. Also es ist einfach gut, ein Fünftel der Gesellschaft, das aktiv nicht am politischen Leben insofern teilnehmen kann oder am gesellschaftlichen Leben, weil es für die ganz grundlegenden Dinge an kultureller Teilhabe, an Bildung schlicht nicht die Ressourcen gibt, dass Menschen teilweise nicht warm essen jeden Tag oder tatsächlich Hunger haben. Also dass es Menschen in diesem Land gibt, die hungern oder die eben sich ein Essen aufsparen oder das ihren Kindern geben. Also dass es das alles gibt. Und aber, und das ist da wirklich das Interessante auch an dem Bericht, dass sie auch die Mietpreise kritisieren und dass sogar der Europarat jetzt fordert, in den Mietmarkt einzugreifen. Daran merkt man, wie sehr eigentlich was aus den Fugen geraten ist, wenn in den Mietmarkt eingreifen, ich gehe davon aus, dass der Europarat nicht Vergesellschaftung meint, aber immerhin doch wahrscheinlich eine wirksame Mietpreisbremse oder einen Mietendeckel, dass diese Forderung, die als, ich glaube, immer noch extrem links gilt oder komplett illusionär wirkt, eine Forderung ist des Europarates. Also das Mindestmaß an Begrenzung eigentlich von marktradikalen Einsichten, um überhaupt das Zusammenleben zu organisieren. Das ist schon ziemlich krass, dass der Europarat kommen muss und progressiver ist als die Bundesregierung. Und gleichzeitig, und das ist diese Woche eben auch passiert, die CDU, die schon im Dezember letzten Jahres ihr neues Grundsatzprogramm, zumindest in Grundzügen, vorgelegt hat, dass die CDU, über die spreche ich in diesem Podcast viel zu selten, dabei sind sie wirklich ziemliche Verbrecher eigentlich. Ich vergesse das immer, dass, also mein Lieblings, wie soll ich sagen, einer, mit dem ich mich ja sehr auseinandersetze, ist ja der Generalsekretär der CDU. Aber ich vergesse das dann manchmal wieder an meiner Kritik an SPD und Grüne und FDP. Man vergisst in der Kritik an der Bundesregierung manchmal, dass die CDU ja in Wartestellung ist, also dass sie ganz gerne schon regieren möchten und dass ihr neues Grundsatzprogramm, das sie eben im letzten Jahr vorgestellt haben, eine konservative Kehrtwende und eine Abkehr der Merkel-Zeit darstellt. Und jetzt werden sie natürlich jede Woche wieder daraus einen neuen Punkt droppen. Und in dieser Woche war das eben eigentlich, das Bürgergeld, so wie es ist, abzuschaffen. Klingt erstmal gut, wollen Linke auch das Bürgergeld abschaffen und eine Grundsicherung, eine Mindestsicherung einführen, die eben oberhalb der Armutsschwelle ist. Bei der CDU bedeutet das Bürgergeld abschaffen, was zunächst vielleicht erstmal attraktiv klingt, eigentlich alle, die arbeiten können, zum Arbeiten zu verpflichten. Also eigentlich eine Vollsanktionierung. Also das, was die SPD noch in Leitversion versucht durchzudrücken, innerhalb der Bundesregierung würde die CDU, wenn sie denn an die Macht käme und das durchsetzen könnte, eigentlich vollkommen durchziehen. Also da muss man schon den Begriff Arbeitszwang verwenden, weil das tatsächlich bedeuten würde, alle, die, wie auch immer man es beweisen will, nicht arbeiten oder arbeiten gehen könnten, auch arbeiten müssten. Die CDU hat, also auch Linnemann hat eigentlich, wenn er gefragt wird, keine Zahlen darüber, es gibt keine gesicherten Zahlen, wie viele Menschen das eigentlich betreffen würde. Und trotzdem operieren sie, und das sind dann einfach die Fake News, die die CDU immer wieder streut. Das hatten wir auch in der Folge mit Helena Steinhaus, wo sie es nochmal sehr genau erklärt hat, um wie viele Menschen es eigentlich real geht. Weil einfach ganz viele Menschen, die im Leistungsbezug leben, krank sind oder sich um andere Menschen kümmern oder eben schon so lang in Arbeitslosigkeit sind, dass die Zahl derer, die man tatsächlich zum Arbeiten zwingen könnte, so verschwindend gering ist, dass sich das, also volkswirtschaftlich sowieso, dass es keinen Unterschied macht, aber dass es auch politisch, auch für die Arbeitslosenzahlen, überhaupt keinen Unterschied macht. Das ist also eine rein ideologische Debatte, um die Unteren weiter niederzuknechten und da noch eine Spaltung einzutreiben innerhalb derer, die sowieso im Leistungsbezug sind, aber halt noch arbeiten könnten oder nicht, wofür die CDU kein Kriterium hat. Genauso geht es um schärfere Migrationspolitik und überhaupt auch eine, ja, man könnte sagen, neue, also neu, die Thesen von Friedrich Merz zur Leitkultur sind schon über 20 Jahre alt. Es kommt mir vor wie gestern, aber sie werden tatsächlich wieder aufgewärmt unter eben Carsten Lindemann und Friedrich Merz vollzieht. Die CDU, diese konservative Wende, könnte man sagen. Und positioniert sich damit schon mal so, das hatte ich auch schon mal vor vielen Monaten gesagt, dass sie eigentlich eine neue Agenda aufsetzen wollen. Und diese Agenda 2030 wäre im Kern eine Aushöhlung des Sozialstaats. Das ist eben die große Gemeinsamkeit mit der FDP, auch die Aktienrente oder die kapitalgedeckte Rente, die verpflichtende kapitalgedeckte Rente ist auch mit in diesem neuen Grundsatzprogramm. Also es ist so ein bisschen rechter Flügel, CDU, Friedrich Merz, Miez, FDP in diesem Grundsatzprogramm. Und das würde, wenn man es jetzt so eins zu eins umsetzen würde, natürlich braucht die CDU auch einen Koalitionspartner, nichtsdestotrotz, wenn es zu einer schwarz-gelben Regierung käme und das so umgesetzt würde, wäre mit Sicherheit das, was der Europarat gerügt hat in dieser Woche, würde sich definitiv verschlimmern, weil der Privatisierungsdrang, weil der Verelendungsdrang und auch die Steuererleichterung vor allem für das obere Drittel der Gesellschaft, das wären so die Hauptpunkte, würde ich sagen, die sie in ihrem Sozialstaats, man kann es da nicht mehr Sozialstaatskonzept nennen, es ist eigentlich dann die Abschaffung des Sozialstaates de facto, und aller Grundsicherheiten, die es überhaupt noch gibt. Also es sind ja schon, die sind ja schon extrem ausgehöhlt worden, aber das wäre de facto dann die Abschaffung auch der letzten Sicherheiten für ganz, ganz viele Menschen. Und das in dieser Gleichzeitigkeit eben, dass der Europarat das rügt und dass die CDU eigentlich ihre eigenen, diese Mindeststandards unterläuft und als politisches Programm aufsetzt, zeigt, wie eben insgesamt, und das ist ein bisschen der Witz der Geschichte, dass die Fortschrittskoalition eigentlich eine politische Kräfteverhältnisse geschaffen hat, wo sowieso schon alles sozialpolitisch tendenziell nach rechts rückt und eben Sicherheiten eher verloren gehen und dass CDU und FDP darauf natürlich total surfen kann und die AfD sowieso mit ihrer Stärke ja ohnehin dafür sorgt, dass die ganze Zeit eigentlich das politische Feld nach rechts rückt und das merkt man eben. Also dieses Grundsatzprogramm ist eine Manifestation dieser Kehrtwende und heißt de facto, und darauf muss man sich zu der nächsten Bundestagswahl einfach einstellen, dass wenn das Programm wird, dass es tatsächlich sehr gefährlich werden würde. und wir werden es wahrscheinlich schon sehen bei den Landtagswahlen in Sachsen vor allem, wo jetzt die Projektionen im schlimmsten Falle bedeuten könnten, dass es nur noch drei Parteien im Sächsischen Landtag gibt, also AfD, CDU, beide als stärkste Parteien und BSW. Und das ist ziemlich, ziemlich dark, muss man sagen. Und ja, die CDU läuft sich also warm zum Regieren, läuft sich warm für die Agenda 2030. Das ist eigentlich das Gefährlichste und ich habe es jetzt noch einmal so ausführlich erzählt, weil es in der Kritik an der Bundesregierung und in diesem ganzen kulturkämpferischen Blabla, die die CDU und auch die CSU ständig wieder voranbringen, Markus Söder jetzt mit dem Genderverbot in Bayern. Das ist vielleicht noch als kleine Anekdote am Ende. Also der vollkommene Wahnsinn, daraus jetzt ein Verbot, ein Gesetz zu machen. Man sagt ja eigentlich immer, die Grünen sind die Verbotspartei, aber turns out, das ist eigentlich die CSU. Vollkommen lächerliche Gesetzgebung, aber natürlich auch das hat wieder für Schlagzeilen gesorgt und überdeckt eigentlich die sehr, sehr, sehr fatalen Pläne in diesem neuen Grundsatzprogramm von CDU und CSU. Aber um etwas Positives zu sagen, um mit einer schönen Nachricht zu enden, nachdem ich euch in der letzten Woche mit dem Kommunismus beglückt habe, kann ich euch in dieser Woche sagen, ihr könnt noch ins Kino gehen. Die Popkultur ist nicht verloren. Ich habe es jetzt endlich geschafft, am Wochenende Poor Things zu gucken. Ich war allein im Kino, auch toll. Ein Tipp für alle, wenn ihr nicht mehr, es ist total in Ordnung, insbesondere für alleinstehende Frauen, allein ins Kino zu gehen. Ich saß neben einer anderen Frau, die auch allein im Kino war, es war toll. Man kann sich mit einem Espresso, mit einem Rotwein einfach ins Kino setzen und eine gute Zeit haben. Es ist vollkommen in Ordnung. Ihr könnt euch einen feministischen Film angucken. Alles ist cool. Andere Paare haben sich in dem Raum gestritten. Man ist selbst für sich. Man hat einfach eine gute Zeit. Man kann lachen. Man kann sich dumm benehmen. Es interessiert niemanden. Also das sowieso schon mal als grundsätzlicher Tipp. Es ist wirklich wunderbar. Man kann es machen. Und ich brauche jetzt gar keine langen Rezensionen des Films zu machen, denn in der Tat hat Wolfgang E. Schmidt zu der Angelegenheit Poor Things ist der bessere Barbie-Film, ist der bessere feministische Film, bereits alles gesagt. Ich teile alles, was er in dieser Filmanalyse zu dem Film gesagt hat. Ich hätte es anders ausgedrückt, aber vom Prinzip her hat er recht. Es ist der bessere feministische Film, während Barbie einfach ein Abklatsch von Popkultur ist und eigentlich in diese Kulturkämpfe einzahlt und ziemlich platt ist, sich eigentlich nichts traut. Ist Poor Things wirklich eine emanzipatorische Geschichte? Eine Geschichte, die die Widersprüche zeigt von sowohl weiblicher Entfaltung als auch insgesamt universeller menschlicher Entfaltung und einer gewissen Neugier im Leben. Witzigerweise auch kleine Noten von oder philosophischen Anteilen mit Reflexionen über Kapitalismus, Sozialismus und Religion. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Meine Lieblingsstelle war, als die Protagonistin Bella Baxter zur Prostituierten wird in Paris und da auf eine Kollegin, muss ich mal so sagen, trifft, die Sozialistin ist und die dann auf politische Treffen gehen und auch politische Texte lesen und sie dann für sich erkennen und aussprechen, wir besitzen ja die Produktionsmittel und ich weiß nicht, ob das maxologisch zu 100 Prozent korrekt ist, aber das ist eigentlich egal, sondern es ist trotzdem ein Oscar-prämierter Film, der diese Form von Dialog überhaupt erstmal zulässt und der Film ist ein bisschen irre, ein bisschen sehr farbenprächtig, Steampunk, also man ist schon sehr gefordert und gleichzeitig hat man einfach eine wirklich gute Zeit und die Schauspielerin Emma Stone macht das tatsächlich sehr, sehr gut, hat eine wahnsinnige Performance da drin, die im Prinzip die kindliche Entwicklung, sie spielt also eine Figur, deren Hirn ausgewechselt wurde und ihr eigenes Baby, ihr eigenes Fötus in einem Frankenstein-Moment von Willem Dafoe wird ihr dieses Baby-Hirn eingesetzt und dadurch macht sie eben die kindliche Entwicklung noch einmal neu durch in einem erwachsenen Körper und das ist eine schauspielerische Glanzleistung einerseits und zweitens ist es eben tatsächlich in diesem Film, so wie es ausgeführt ist, geht man diese Entwicklungsschritte durch und sieht, dass sie alle philosophischen Einsichten hat als Kind und gleichzeitig aber auch als Frau mit ihrem Sexualtrieb ganz, also im Prinzip auf eine sehr galante Art und Weise tanzend und schreiend und sehr lebendig und lebenslustig alles am Patriarchat zerstört, was überhaupt da sein könnte, ohne dass es ein Feminismus in your face ist und es ist überhaupt nicht belehrend, es ist überhaupt nicht moralisch, es ist fast amoralisch, könnte man sagen und das macht den Film tatsächlich sehr sehenswert. Ich hatte das Kino schon aufgegeben, ich habe eigentlich keine Zeit mehr für Kino, aber in dem Fall würde ich sagen, sehr, sehr sehenswert, nach wie vor geht also gerne in Poor Things. Ich würde nicht sagen, dass das den hyperpolitischen Zirkel durchbricht, das wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber man muss auch ehrlich gesagt nicht immer von jedem Film erwarten, dass er jetzt die Leute zur Revolution anstachelt, also solche Linken sind ja auch sehr unangenehm, die diesen Anspruch hätten. Ich habe den Anspruch, dass ich diesen Film einfach mit meiner Mitbewohnerin gucken könnte und wir uns danach nett über das Patriarchat unterhalten können, ohne dass es sonst wie komisch links gezwungen wirkt, sondern einfach ein normales Gespräch darüber ist, wie es Bella Baxter schafft, die ganzen Männerseelen im Film zu crashen und das ist einfach sehr unterhaltsam. Unterhaltsam. Insofern, ja, geht einfach mal ins Kino, entzieht euch dem ganzen anderen Mist. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne. Jacobin ist ein sozialistisches Magazin, das im Wesentlichen von ehrenamtlicher Arbeit lebt. Wir alle stecken viel Arbeit in die Produktion von sozialistischen Inhalten. Wenn euch das gefällt, dann teilt es gerne und abonniert diesen Kanal. Dann verpasst ihr auch nicht Jacobin Talks und zum Beispiel auch die Premiere des nächsten Heftes. Und ja, schaut gerne mal auf die Seite. Alle Artikel gibt es mittlerweile auch als Podcast zu hören, als kleine Serviceleistung unseres Genossen KI. Und ich freue mich auf die nächste Woche. Vielleicht ja mit Gast. Nächste Woche ist die fast schon Osterwoche und dafür überlege ich mir dann etwas Neues. Ich freue mich auch über alle Kommentare. Wenn ihr Glück habt, wie gesagt, schafft es der Kommentar dann auch in die Sendung. Ich werde nie wieder etwas trinken. Und ja, vielen Dank für den Hinweis zu den Rosa Trikots und bis nächste Woche. Ciao. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link Vielen Dank.